hallo und herzlich willkommen zur nächsten folge von keep talking in over the explorers mit mir cedric und noah hallo noah ola einmal mit allem bitte wieder döner gell noah zeichen und dann normale drähte wenn es so viel spaß machen will wie döner essen zeichen und normale drähte als erstes ja ja hab ich schon offen wunderbarchen wunderbärchen wir haben art kreis mit strich nach unten zählings geöffnet und menschen weiß mit strich art menschen ja vier war ja weiß blau weiß gelb ein blauer ein blauer dann erster draht okay für deine info aufschreiben wir haben vier batterien fünf batterien sorry fünf batterien frk leuchtet nicht gerade zahl und kein vokal gut wir haben den roten button mit rücken drauf ist das ding schon an was dann morse mit nichts mit drücken drauf ja einfach drücken und warten rot weiter als okay es blinkt gelb bei seinem ses wir haben keinen vokal dann gelb was ich sagte ja okay gelb blau rot rot gelb blau okay ist fertig gut wir spielen das prozahlen position spiel ich habe die zahl zwei dann position zwei zahl eins drei erste position zahl drei zwei selbe beschriftung wie in stufe eins also eins position vier eins zahl drei vier selbe schriftung wie in stufe drei das ist die eins okay wir drehen rum morse korte geläuft doch nicht jetzt nicht wir machen komplexe war jetzt erst mal wir haben blau led stern morse korte drei mal kurz doppel kurz doppelt lang lang doppel kurz fertig die nächste ist ja oder es ist oder noch ein kurz hinterher da war eine pause zwischen drin doppel kurz lang was war die korte war die war erst noch mal war ja es war led blau stern led blau stern morse korte kurz 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 lang 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 kurz 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 lang lang kurz der morse korte sehr kurz sehr kurzes wort lang kurz auf jeden fall sehr kurzes wort war gibt es ein wort das sehr sehr kurz ist das war jetzt sind die ersten drei buchstaben mehr brauchst du nicht hast du ein sehr kurzes wort der ganze morse kaut geht viel kürzer als sonst es war lang kurz kurz ne keine ahnung dann ist es süden das ist 3 6 0 0 richtig gut wir haben led blaustern support ich habe sorry ich habe keinen port an egal nächstes ok blaustern blaustern nicht durchdrehen led stern led stern äh batterien mehrere durchdrehen sehr was mehrere nicht durchdrehen äh stern durchdrehen ok wir haben rot blau rot blau ähm äh seriennummer ist letzte ziffer gerade äh ja dann durchdrehen ok ist fertig das wort nichts nichts links mitte links mitte sohn s o n s o n s o n also so n ähm gott ich finde es gerade nicht ah zehn also 1 0 so ein ok ok kub rechts mitte q kuh oder buchstabe ok o punkt k punkt leerzeichen also blank noch mal ja ok kuh 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 mitte links mitte links nichts n i c h t s was ok kuh also buchstabe o punkt k punkt ja ok wir machen koordinatensystem als nächstes ähm grüner kreis bei b4 grüner kreis bei e2 wo bist du a2 ziel ist e3 du gehst 2 nach unten 1 nach rechts 1 nach oben 1 nach rechts 1 nach rechts 1 nach oben 1 nach rechts 1 runter dann bist du da oder ich bin jetzt beim kreis noch eins um drüber 1 nach rechts 1 nach rechts 1 nach rechts ja achso 1 runter war falsch hä wo wartest du denn so ich habe es gelöst ok wir haben das letzte wir haben noch wires von a bis c schnell ja auch raus wir haben rot b nicht ok ähm wir haben schwarz b durchdrehen wir haben rot b durchdrehen wir sind tot Wieso noch? Wir hatten nur noch das und das Wort raten. Das Wort raten war glaube ich danke, aber ich habe es versucht zu klicken, ich musste durchklicken, ich hatte nicht genug Zeit, noch nebenbei durchzuklicken. Das Problem ist, dass das Wort durchklicken und der Mause kommt nicht auf einer Seite sind, sonst hätte ich das gleichzeitig lösen können, aber das ist immer auf der anderen Seite. Wir geben auf jeden Fall noch einen Try, das war auch schon wieder besser fand ich, wir haben Mauselcode unbedingt schnell gelöst, deswegen meinte ich, das ist ein guter Tipp eigentlich, wenn der Mauselcode war extrem kurz, das heißt es muss ein kurzes Wort sein. Nein, nein, das sind immer nur die drei ersten Buchstaben, weil die sind alle unterschiedlich, in der Hinsicht. Weil der Mauselcode normalerweise dauert so teilweise 20 Sekunden und der Mauselcode jetzt hat so 8 gedauert. Ganz extra wahrscheinlich, weil du halt nur wenig Zeit hast. Okay, I'm ready. Die Worte sind halt so, sind halt fünf Buchstaben normalerweise. Und nach dem dritten Buchstabe unterscheidet es sich halt. Okay, bist du bereit? Okay, es gibt zwei, wo du echt unterscheiden musst. Halle und Hallo. Aber ansonsten sind alle unterschiedlich in der Hinsicht. Bist du bereit? Gut. Jetzt schon. Ähm, wir fangen wieder an mit dem gleichen Prozedere, wie immer. Oh, scheiße. Ähm, Leerzeichen. Drei mit V, TB, Dreizack. Dreizack, TB, Leerzeichen, drei. Okay, wir haben vier Wires. Weiß, Rot, Blau, Weiß. Ein Blauer, ne? Ein Blauer. Da ein erster durchdrehen. Okay, ich geb dir durch. Wir haben Seriennummer, gerade kein Vokal. Wir haben Batterien, fünf. Wir haben kein Port. Wir haben SIG, was leuchtet. S-I-G. Okay. Hast du Knopf? Knopf, zum Drückhalten. Moment, Mose. Kurz, lang, kurz, kurz. Lang, lang, lang. Lang, kurz, lang. Müsste eigentlich reichen, oder? Ein bisschen nachschauen. Aber da ist nicht aufgeschrieben. Gut. Ich hab einen gelben Knopfel gedrückt halten, aber ich löse dabei mal das Wort irgendwie, ne? Ja, probier's mal ganz kurz. Ich versuch halt immer auszuzeichnen, denn ich hab's gedrückt halten, hast du gesagt. Ein gelber Knopf. Ja, ein gelber Knopf wird gedrückt halten. Ich bin halt gedrückt. Okay, ist blau. Dann bei vier. Okay. Ähm, ja. Äh, es ist lokal. Das ist 3, 5, 2, 2. 3, 5, 2, 2. Wunderbar. Ähm, ich hätte gerne Hilfe beim Spielchen mit den Buchstaben. Und zwar hab ich T, D, G. Und die anderen sind irrelevant, glaub ich. T, D, G. Bei T ist nur Timer. Probier mal, ob du es nächsten ein I ist. Ansonsten kannst du auch Timer. Nächstes ist ein I, aber M gibt's nicht. Okay, weiter. Okay, nächstes. Was hast du noch? Äh, ein D. Danke. Draht. Druck. Drück. Draht. Ich glaube, es ist Draht. Es ist Draht. Okay. Simon Says. Blau blinkt. Keine Fehler. Äh, blau blinkt. Keine Fehler. Keine Fehler. Keine Vokal. Blau blinkt. Äh, gelb. Okay. Blau, blau. Gelb, gelb. Blau, blau, gelb. Äh, gelb, gelb, rot. Okay. Blau, blau. Gelb, rot. Gelb, gelb, blau. Äh, rot, blau. Gelb, gelb, rot, blau. Genau. Okay, wir sind fertig. Wir machen weiter mit komplexen Wiren. LED, rot, Stern. LED, rot und Stern. Äh, warte. Äh, mit Batterien, ja, durchtrennen. Okay, blau, Stern. Blau, Stern, nicht durchtrennen. Okay, äh, LED, rot. LED, rot, durchtrennen. Okay, wir sind damit fertig. Wir machen weiter mit Wiren von A bis B. Blau, C. Okay, warte. Blau, C, nicht durchtrennen. Äh, blau, C. Durchtrennen. Schwarz, C. Durchtrennen. Rot, A. Nicht durchtrennen. Rot, C. Nicht. Schwarz, C. Ja. Blau, B. Ja. Äh, rot, B. Nein. Rot, A. Äh, ja. Okay, wir sind damit fertig. Wir machen weiter mit den sechs Wörtern. Mindest Sekunde. Äh, was steht da? So ein. So ein. Äh, rechts Mitte. Q, K, U, H. K, U, H. Äh, hier, was? Leerzeichen, also nichts. Okay. Leer. Fertig. Fertig. Äh, links unten. Coop. Coop, okay. O.K. Ah, okay, war falsch. C. Ich muss gerade sagen. Ich muss gerade verbessern. C. Rechts Mitte. Was? W, A, S. Ach, W, A, S. Ohne Fragezeichen. Drück. Nichts. Okay. Diesmal normal. Okay, passt. Nein. Fertig. Fertig. Coop. Ist unten links Coop. Danke. Äh, O, K. O, K. Äh, O, K. Ja. Drück. Kuh. Haben wir. Ähm, ja, es fehlt noch Koordinatensystem. Ich habe, ich habe E1, C5. Okay. Ich bin E4. Ziel ist der F6. F6. Eins nach unten, eins nach rechts, eins nach unten. Okay, letztes Ding. Äh, Zahl. Vier steht da. Position. Vier. Äh, vierte. Äh, Zahl vier. Okay. Vier. Äh, vierte Position. Eins. Gott. Drei. Äh, dritte Position. Drei. Drei. Äh, selbe Position. Zwei, also vierte. Scheiße. Nein. Letztes Teil. Eines bist du mir nicht modiert. Du hast eine Sekunde gewartet. Nein, ich konnte nicht warten. Ich brauche. Da musst du mal warten. Ich weiß. Ich habe sogar zum Schluss noch gehämmert. Ich habe zum Schluss noch geklickt. Einfach irgendwas. Hauptsache, wir kriegen was. Aber hat nicht geklickt. Zeit war abgelaufen. Es hat nicht schnell genug freigeschalten. Ich denke nur dann von vorne an, wenn du irgendwas falsch drückst. Nein. Nicht? Bei dem? Also, das kann schon sein, dass es dann nochmal, also, dass es dann von vorne anfängt. Das fällt dann von vorne an. Aber wenn ich noch eine halbe Sekunde auf der Uhr habe, gamble ich, bevor ich es dir sage, kriege ich sowieso nicht eine Antwort. Doch, ich hätte die noch gesagt. Aber egal. Bis deine Antwort kommt, wird es in zwei Sekunden. Das hat noch keiner geschafft, ne? Bei mir eine Vorhörungsflüsse? Nein. Niemand. Das ist super schwer. Ich weiß nicht, warum, ey. Es ist super schwer. Es braucht so viel Übung und so viel, oh. Ja, ja, aber jetzt ein Try geben wir dem Ganzen noch. Sechs Minuten noch weiter ein Try. Dann sollte die Folge auch viel passen. Ich habe jetzt gerade fast ein halbes Glatt gebraucht dafür. Ihr könnt übrigens mich gerne anschreiben irgendwo und donaten für Noahs Papier. Ich schicke dem Noah mal so ein Stapel Blatt tausender Papier rüber. Alter, ich bring dich um, wenn du sowas machst. Ey, ich liefere dem Noah so eine LKW-Ladung Papier. Wir machen das Spendenziel, 1.000 Euro und dann kriegt der Noah eine LKW-Ladung Papier. Ja, das reicht nicht. Aber Recycling, Recyclingpapier. Gut für die Umwelt. Gut. Noah, bist du bereit? Wir fangen an wieder mit Zeichen und dann normale Drähte. Ja. Und danach gebe ich dir wieder die Sachen durch. Du schreibst sogar mit Simon Says jetzt mittlerweile mit. Brauchst du für die Drähte irgendwelche Indikatoren oder so? Bei den Drähten? Ja. Soll ich dir die lieber nach dem Zeichen direkt sagen? Eigentlich nicht. Nee. Gar nicht? Batterien oder so? Vokale? Nur für die Komplexen. Nur für die Komplexen. Komplexen. Okay, dann machen wir es weiter so. Die beiden einfachen Sachen und dann sage ich dir die... ...unsere Sachen. Ich brauche aber für die Knöpfe brauche ich Indikatoren. Für die Knöpfe? Für die vier am Anfang, die wir mal machen. Nein, nein, für den Knopfknopf. Ja, da kommen wir erst das Bokkemei als drittes. Dafür ist es dann wichtig, dass ich die Indikatoren mache. Genau, deswegen sage ich es dir davor. Alle. Okay, ich drücke jetzt auf nochmal und dann bist du super... ...nochmal. Leerzeichen TB3Z3 mit V. Du musst mir die nicht vor... Achso. Ach Gott. Leerzeichen... Falsch. Ich wollte nachfragen. Leerzeichen TB3Z3. Ich drücke hier dreimal falsch. Wir fangen nochmal neu an. Wir fangen nochmal neu an. Wir haben schon fünf Sekunden verkackt. Die fehlen uns am Ende wieder. Nochmal. Let's go. Ich habe mir gefragt, ob du bereit bist. Leerzeichen XI Männchen? Was für ein Ding? Leerzeichen XI Männchen? Ah, okay. Jetzt, was du das willst. Leerzeichen Männchen XI? Leerzeichen XI Männchen. Okay. Wir haben sechs Dräte. Schwarz, schwarz, rot, gelb, schwarz, blau. Blau haben wir eine. Lang, drei, kurz. Ein gelber. Kein weißer. Kurz, lang, kurz. Glaube ich. Okay. Der erste Buchstabe vom Morseding ist Lang, drei, kurz. Drei, kurz. Ja, glaub schon. Lang, drei, kurz. Okay, zu den Dräten zurück. Moment, geht wieder los. Lang, kurz, kurz, kurz. Pause. Kurz, lang, kurz. Pause. Kurz, lang, Pause. Passt das? Du musst nachschauen. Zeig mir nochmal die Drähte. Schwarz, schwarz, rot, gelb, schwarz, blau. Also keinen weißen. Nein. Dann, es waren fünf, ne? Sechs. Scheiße. Schwarz, schwarz, rot, gelb, schwarz, blau. Roten haben wir, ne? Dann haben wir den vierten Draht. Auch den vierten Draht draus. Wunderbar. Wir haben NSA. Wir haben... Was? Wir haben einen Dualport, FRQ, ungerade Zahl, Abo-Vokale. Und Dualport. Ist die Seriennummer am Ende? Neun, ungerade. Ungerade Vokal, FRQ leuchtet. Was machen wir jetzt eigentlich gerade? Gar nichts, ich sagte die Sachen durch. Wir sind bei Step 3, Sachen durchsagen. Batterienanzahl. Gibt's nicht, wie gesagt. Gut, kein Port. NSA leuchtet, FRQ leuchtet. Port haben wir. Kein Port, das ist richtig. Port haben wir, immer noch. Okay, und kein Vokal oder ein Vokal? Vokal, Alter. Drei Sekunden, ich sag's 300 Mal. Du, ich sag's eben was. Ich hab keine Ahnung, wovon du redest. Wir machen jedes Mal die gleiche Reihenfolge. Wir machen Zeichen. Wir fangen an damit. Nein, wir machen Zeichen. Egal. Zeichen. Jetzt bin ich gerade beim Lesen. Ich kann dir nicht zuhören. Okay. Versuch schon mal, das andere Ding zu machen. Ich bin dabei. Danke für den Tipp. A, ein B, hier. Kurz, lang, kurz, kurz. Geht nicht. Können wir dich achten mal drauf? Geht los. Lang, kurz, kurz, lang, drei kurze. Kurz, lang, kurz, Pause. Ah, okay. Das ändert schon wieder was. Dann haben wir Bravo, das ist 358, 2. Gut, war ja das Nächstes. 358, 2. Gut, wir haben blauen Knopf sprengen. Braue, blaue Knopf. Äh, mehrere Batterien, dann kurz drücken. Nächstes. Nö. Aber wir haben keine Batterien. Scheiße, dann halten. Ich habe mich explodieren lassen. Wir hatten noch eineinhalb Minuten. Das hätten wir mit der doppelten Zeit niemals geschafft. Oh. Nochmal. Du kennst das Spiel. Wir fangen wieder gleich an. Sag mir bitte direkt die Sachen. Schnörkel, Lambda, XI, Copyright. Also ich habe noch nicht mal Zeit gehabt hoch zu scrollen, Mann. Was ist falsch mit dir? Schnörkel, Lambda, XI, Copyright. Copyright, Schnörkel, XI, Lambda. Okay, wir haben vier Wires. Gelb, blau, gelb, rot. Letzte Ziffer der Seriennummer. Ist die ungerade oder gerade? Gerade. Äh, der letzte ist blau, ne? Rot. Na gut. Ein blauer? Ja. Dann den ersten. Okay, ich gebe dir durch. Wir haben Batterien, sechs. Wir haben gerade Zahl. Wir haben kein Vokal. Kein Port. Okay, sonst noch was? Nein. Keine Indikation. Gut. Gelber Knopf, sprengen. Dann kurz drücken, weiter. Diesmal. Okay. Ähm, wir haben... Ich... Mausekot? Moment, ich warte kurz, bis Mausekot anfängt. Du bist gleich durch, dann. Jetzt, nee. Jetzt, jetzt quergehend ab. Kurz, kurz, kurz. Kurz, kurz. Lang. Kur- lang. Kurz, lang. Kurz, kurz. Okay. Das dritte ist kurz, lang. Kurz, kurz. Kurz, lang. Kurz, kurz. Äh, ja, mach schon mal das nächste. Sagen wir das nächste oder sowas in Richtung. Ich, ich... Achso, mach so kurz raus. Ich klicke hier durch den durch. Ah, okay, mach das. Ja, das ist auf der Seite. Das ist Sülze. Das ist wieder 3, 5, 6, 5. Wunderbar, äh... Gibt mir mal Worte mit E. E wie Emil. Gibt's da was? Nein, glaub nicht. L wie Lorenz. Äh, leere, legal, leere. Mit H. Ja, okay, danke. Komplexe Wires. Haben wir LED, Blank, Stern. LED, Stern, nur noch, ne? Ja. Batterienjahr drin. Okay, blau, LED, Stern. Blau LED, Stern. So, LED, Stern. Port, trennen. Nein, kein Port. War falsch. Ähm, wir haben Rot, Stern. Rot, Stern, trennen. Gut, fertig damit. Wir haben das Wort Moment bei den 6er-Zeichen. 6er-Buchstaben. Ach, ach, ach. Moment, ähm... Ah, rechts oben. C, der Fuß C. C. Äh, C. Ja, drück drauf. Wunderbar. Q, der Buchstabe. Rechts unten. Leer. Leer. Q, also das Tier. OK. Q, der Buchstabe. 10, ausgeschrieben. 10, ausgeschrieben. Rechts, Mitte. Blank. Blank. Leer. Was? Haben wir? Alles klar. Gut. Wir machen Simon Says. Wir haben ein Fehler. OK. Wir haben ein Fehler. Kein Vokal. Was blinkt? Blau. Dann Blau. OK. Blau, Grün. Blau, Gelb. Blau, Grün. Gelb. Ähm, Blau, Gelb, Grün. OK. Wir sind damit fertig. Wir machen Wires von A bis C. Äh, schwarzer Wire A. Trennen. Schwarz, äh, Blauer Wire C. Jetzt mach mal ganz kurz langsam. Ich bin noch nicht mal da. Blauer Wire C. Blauer Wire nicht. OK. Ähm, roter Wire C. Ja. Schwarzer Wire A. Ja. Blau A. Ja. Rot A. Nein. Schwarz B. Ja. Rot A. Ja. Blau B. Ja. OK. Wir machen Koordinatensystem. Ja. E2. B4. Äh, E2. B4. Hab ich nicht. Doch, E2. Ah, doch, hab ich jetzt. Ja, passt. OK. Ich bin 2 über dem Ziel. Und zwar bin ich bei D3. Ziel ist D5. Oh, das ist aber nicht. OK, du gehst eines nach oben, eins nach rechts, eins nach oben, eins nach rechts. Was? Falsch, eins nach oben war falsch. Hä? Ja. Ich bin immer noch bis D. Dora, D3 war ich. OK, dann zwei nach rechts, jetzt drei nach unten, eins nach links und eins nach oben. OK. OK, wir schaffen es leider nicht mehr, aber wir hätten noch ein Modul gehabt, trotz der verständeten Zeit. Was war's? Das letzte Modul ist, äh, die Zeichnung-Position. Das schaffe ich nicht mehr zeitlich überhaupt zu randomen. Also, ja. Das schaffe ich nicht zeitlich zu randomen. War ein guter Try. War ein echt guter Try. Leider zwei Fehler. Obwohl du so schnell warst, du nicht ganz anders war. Vielleicht solltest du das Blätter wirklich ausdrucken. Schick dir nochmal mal Druckergeld. Spendenlink wird jetzt nicht eingeblendet. Gut. Wir bedanken uns trotzdem fürs Zuschauen. Wir machen beim nächsten Mal nicht hier weiter. Tut uns leid, dass es die ganze Zeit hier hängt. Ja, wir machen beim nächsten Mal nicht weiter. Wir machen beim nächsten Mal nicht weiter. Wir probieren einfach das nächste Ding. Und wenn wir richtig krasse Profis beim nächsten Mal sind, irgendwann so am Ende dieses Ding, probieren wir uns da nochmal ran. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Noah sich sicherlich auch. Ja, vielen Dank. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Lasst uns gleich da. Tschüss. Tschüss.